Hallo, ich treffe mich heute mit meinen Freunden zum Wichtel. Ein Wichtel ist ein kleines Männchen, ähnlich wie ein Zwerg, das heimlich Dinge tut. Und wir haben auch heimlich etwas getan. Wir haben erstmal unsere Namen auf so kleine Zettel geschrieben und jeder hat sich einen gelost. Ich habe das hier mal nachgestellt und jeder durfte einen ziehen. Und ich habe hier die Anke gezogen. Birte ist also Ankes Wichtel. Genau, Anke weiß das natürlich nicht. Und wir haben eine Geldsumme, in unserem Fall so 5 bis 8 Euro, die wir ausgeben dürfen für ein kleines Geschenk. Für unseren Wichtelpartner. Ich habe hier Ankes Geschenk. Das ist ein Schuhkarton. Und da drin, Anke ist Mutter von zwei Kindern, habe ich alles, was man für einen entspannten Nachricht. Das ist ein Schuhkarton. Vielen Dank.